hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute ist das handyspiel art of conquest was wir gestern schon runtergeladen haben gestern gespielt habe dran deswegen gleich starten und schauen wir gut für uns machen danach schaue ich mal nach wie der ticket verlauf ist ob ich da jetzt mal endlich was gewonnen habe ich hoffe es mal dass ich mal gewinne weil ich mache das ja jetzt auch schon dritte monat glaube ich ist das ich habe gestern auch noch ein bisschen weiter gespielt aber noch ganz bisschen nicht viel ja das werdet ihr gleich sehen wenn ich dann der burg einmal kurz reingehen meine sachen baue dann will ich losziehen und weiter kämpfen so einmal der burg rein meine armee die ich gebaut habe abholen gold die burg ausbauen auf ich habe hier einmal holz hier gold die taverne war voll hier oben irgendwie ändern sind wir die plätze wenn ich was neues dazu baue mein lagerhaus und dann haben wir hier den außen posten hier ist die bogenschützenkaserne habe ich noch eine das fort und eine kaserne habe ich noch ihre bogenschütze fort kaserne hier habe ich das sanitätshaus wenn ich in krieg gesungen bin die verletzten leute abholen hier ist mein magier turm und hier habe ich jetzt die wachen drin da passen 30 rein ich habe 17 dann schauen wir jetzt mal held level 4 ist meine magierin anlegen fähigkeiten erlernen 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 ich erlernen erstmal ist auf level 1 ich hoffe dass du es gut gut alles gemacht leuchtet ihr immer noch das habe ich jetzt vergessen keine ahnung ach jetzt ist es nicht mehr gut meine einheit was habe ich mit 65 für sich das reicht auf jeden fall eine truhe aufmachen und was ist das die narin laden ist hier was umsonst diese münzen und normales geld kann ich sachen kaufen für 10 münzen habe ich nicht auch da gut dann kommt jetzt mal set boli dran einmalig einmalig hier kostet alles geld ja das brauchen wir nicht so schau mal danach ein geschenk einsammeln und einsammeln und das geht so ein bisschen näher dann schauen wir mal nach und ran aber ich habe noch kein pvp gemacht ach so das ist weg die weise ok der nächste ist 400 ich habe 240 einsammeln nochmal einsammeln vielleicht bin ich erstmal fertig mit den ganzen sachen abholen dann sind die zehn minuten schon vorbei meine güte ich möchte nur mindestens einen kampf machen das ruckert und tagt so ein bisschen ist mein internet wieder so schlecht ich weiß es nicht ach das sind doch wieder solche medaillen dann dann mal da haben wir doch noch nicht alles eingesammelt so jetzt sind wir doch gleich fertig hier zack was haben wir jetzt hier den rang ach weil ich gerade noch ein paar sterne gekriegt habe oder medaillen das sieht cool aus das sieht cool aus den möchte ich haben so jetzt was sagen sie ihr neid ok jetzt habe ich noch eine post ein sammel so hier ist mein reiter hier bin ich also meine burg und jetzt halte ich mal los hier und da ist ein kampf ein griff haben wir es geschafft bevor die zehn minuten sende sind anzugreifen oh jetzt habe ich auch ganz schön viel dann machen wir es jetzt mal so 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 dann nur mal hier den zwerg rein den fand ich ganz witzig ich glaube das ist eine heilerin und die eiskönigin zur not können wir noch nach hinten immer übungsschützen setzen die werden wir zwar nicht brauchen also ich denke zumindest dass wir die nicht brauchen werden na gut ich habe nicht so viele punkten schützen so dann kämpfen wir los und das ist die heilerin und das ist die heilerin also jetzt mit vier hellen ist das ja mal richtig übel so dann schnell alles einsammeln was hier was die beschützt haben weil die brauchen das ja sowieso nicht mehr da liegt doch mal ein holz alleine hier ist einer schon am kämpfen ich kann leider das bild nicht so herum scrollen ich muss immer mit dem mann lang reiten so dann sage ich mal er soll zurück nach hause reiten holen wir uns die letzte quest ab holen wir uns die letzte quest ab holen wir uns die vorletzte quest ich weiß ob ich mal jetzt was gewonnen habe ich denke es war nicht zwar habe ich in der nachricht aber ich habe nur gefährt und freigespielt informationen vorherige gewinner du hast leider nicht gewonnen gut dann Ticket noch eingelassen und danke fürs zuschauen ich habe mich gefreut dass ihr dabei wart ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid bis dahin viel spaß und auf wiedersehen so ciao